Ihr vielleicht ja auch, vielleicht seid ihr auch für alles veröffnet. Das ist eigentlich immer gut, wenn man für alles offen ist, weil manchmal macht man dann Sachen, die man jetzt noch gar nicht ahnen kann. Ich habe ja auch mit Schauspielerei schon immer mal wieder gemacht. Da habe ich auch Sachen gemacht, da hätte mir zwei Jahre vorher einer gesagt, du bist hier im Fernsehen, hier ist das eins oder so und spielst da irgendwie die Rolle. Und ich sage, ach Quatsch. Aber ich habe es dann einfach vermacht und es hat immer verklappt. Ja, dann machen wir noch irgendwas am Auto. Ich muss mal gerade überlegen, was gibt es denn noch am Auto, was wir jetzt noch nicht so hatten. Was so, jeder kennt natürlich auch am Auto. Was kann man denn noch alles kaputt haben? Zylinderkopfdichtung. Die hatte ich auch schon mal kaputt. Die machen wir jetzt rückwärts. Das tue ich ja nicht ablesen. Mach ich ja jetzt hier out of the brain. Not reading from the paper. Yeah, rock'n'roll. Zylinderkopfdichtung. Good shit. Fuck. Renten die Lids. Das geht dann auch immer so verschnellt. Schon mal gehe ich ja hier so durch Städte und so. Und dann machen wir so mit Kamera mit jungen Leuten oder auch ältere, egal wer. Die können mich dann ansprechen oder wir sprechen dir. Und dann sagen die mir irgendwelche Wörter, die ich dann spontan oder auch... Das geht dann auch immer so. Das geht dann auch immer so.